8 Gründe, warum junge Frauen ältere Männer bevorzugen Wenn Sie neugierig sind, warum so viele junge Frauen an älteren Männern interessiert sind und sich in sie verlieben, dann ist dieses Video für Sie. Es gibt eine negative Wahrnehmung rund um die Vorstellung, dass Menschen in Beziehungen mit Personen unterschiedlichen Alters involviert sind. Junge Frauen, die älteren Männer daten, werden oft als nur an deren Geld interessiert abgestempelt. Auf der anderen Seite werden ältere Männer, die junge Frauen daten, oft als Idioten angesehen, die glauben, dass sie nur die Wünsche junger Frauen finanzieren. Wir dürfen auch nicht vergessen, was die Gesellschaft über ältere Frauen denkt, die Beziehungen mit jüngeren Männern haben. Es ist jedoch nichts falsch daran, in einer Beziehung mit jemandem zu sein, der nicht das gleiche Alter hat wie man selbst. Jeder sollte die Freiheit haben, jemanden zu lieben, der sie glücklich macht, unabhängig von dem, was die Gesellschaft denkt. Im Bereich romantischer Beziehungen können die Dynamiken zwischen Partnern stark wavillieren, beeinflusst von Faktoren wie dem Alter, der Persönlichkeit und gemeinsamen Werten. Ein Phänomen, das oft Neugierde und Diskussionen hervorruft, ist die Anziehung junger Frauen zu älteren Männern. Über oberflächliche Annahmen hinweg kann diese Vorliebe durch die Linse des Stoizismus beleuchtet werden, einer Philosophie, die Selbstdisziplin, Rationalität und Tugend betont. Durch die Untersuchung von acht Schlüsselgründen, warum junge Frauen von älteren Männern angezogen werden, aus einer stoischen Perspektive, gewinnen wir Einblicke in die tieferen Qualitäten und Werte, die dieser Dynamik zugrunde liegen. Von Reife und Stabilität bis hin zur intellektuellen Anregung und emotionalen Widerstandsfähigkeit beleuchten die Prinzipien des Stoizismus, warum diese Beziehungen für beide beteiligten Parteien resonieren. In diesem Video geben wir Ihnen acht Gründe, warum junge Frauen oft von älteren Männern angezogen werden. Wenn Sie diesem Profil entsprechen, können Ihnen diese Aspekte dabei helfen zu verstehen, warum sie oft von erfahreneren und reiferen Männern angezogen werden, und wie sie diese Eigenschaften nutzen können, um Frauen in ihr Leben zu ziehen. Grund Nummer 1, ältere Männer lassen jüngere Frauen sich begehrenswert fühlen. Es liegt ein gewisser Reiz darin, das Objekt der ungeteilten Aufmerksamkeit einer Person zu sein, besonders wenn diese Person erfahren, weltgewandt und anerkennend ist. Es geht nicht nur um körperliche Anziehungskraft, obwohl diese sicherlich eine Rolle spielt, vielmehr geht es darum, sich geschätzt, verstanden und verehrt zu fühlen, dies übersteigt das Alter. Jüngere Frauen fühlen sich oft zu älteren Männern hingezogen, weil sie eine Ausstrahlung von Selbstvertrauen und Sicherheit haben, die von Natur aus attraktiv ist. Diese Männer haben verschiedene Erfahrungen gemacht, Stürme überstanden und sind daraus gestärkt hervorgegangen, was ihre Ausstrahlung Zuverlässigkeit und Stabilität verleiht. Diese Sicherheit ist für jüngere Frauen tröstlich, die sich möglicherweise immer noch mit den Unsicherheiten des Lebens und von Beziehungen herumschlagen. Darüber hinaus betrachten ältere Männer Jugendlichkeit oft als eine begehrte Eigenschaft, da sie die Energie, Begeisterung und das Potenzial erkennen, die sie repräsentiert. Sie schätzen die Vitalität und Spontaneität, die junge Frauen in ihr Leben bringen, und sehen sie als erfrischenden Kontrast zur Routine und Vorhersehbarkeit ihres Daseins. Diese Bewunderung äußert sich in echter Zuneigung und Verehrung und fördert ein tiefes Gefühl der Verbundenheit und Intimität. In den Augen eines älteren Mannes verkörpert eine jüngere Frau eine Vielzahl begehrenswerter Eigenschaften, Schönheit, Vitalität, Widerstandsfähigkeit und eine Neugier, die Möglichkeiten des Lebens zu erkunden. Er ist von ihrem Geist, ihren Ambitionen und ihrer einzigartigen Sicht auf die Welt fasziniert. Diese Faszination nährt sein Verlangen, sie zu schätzen und zu feiern, sodass sie sich wirklich besonders und geliebt fühlt. Darüber hinaus geht die Dynamik zwischen älteren Männern und jüngeren Frauen oft über bloße körperliche Anziehung hinaus. Sie umfasst eine tiefe emotionale Verbindung, die auf gegenseitigem Respekt, Verständnis und gemeinsamen Erfahrungen aufgebaut ist. Ältere Männer sind oft kompetenter darin, offen und ehrlich zu kommunizieren, was ein Gefühl von Vertrauen und Intimität in der Beziehung fördert. Sie bieten Unterstützung, Weisheit und Anleitung und fördern das Wachstum und die Entwicklung ihrer jüngeren Partner. Zusätzlich haben ältere Männer oft etablierte Karrieren, finanzielle Stabilität und ein solides Selbstbewusstsein. Dies gibt jüngeren Frauen ein Gefühl von Sicherheit und Gewissheit über ihre gemeinsame Zukunft. Sie können sich vorstellen, ein gemeinsames Leben mit jemandem aufzubauen, der nicht nur emotional reif ist, sondern auch in der Lage ist, für ihre Bedürfnisse und Ambitionen zu sorgen. Der Reiz eines älteren Mannes liegt nicht nur in seinem Alter, sondern auch in der Tiefe des Verständnisses und der Wertschätzung, die er in die Beziehung einbringt. Er sieht über das Oberflächliche hinweg und umarmt die Essenz der Jugendlichkeit, indem er sich an der Freude an der Begleitung eines lebendigen und temperamentvollen Partners erfreut. Wiederum fühlt sich die jüngere Frau nicht nur begehrt, sondern auch gestärkt, da sie weiß, dass sie das Herz einer Person erobert hat, die sie für das schätzt, was sie wirklich ist. Wenn Sie immer noch dieses Video ansehen und diese Lektionen nützlich finden, hinterlassen Sie bitte unten den Kommentar Nummer 1, um mir mitzuteilen, dass Sie immer noch dieses Video mit mir zusammen ansehen. Grund Nummer 2 Ältere Männer besitzen die einzigartige Fähigkeit, jüngere Frauen außerordentlich begehrt und wertgeschätzt fühlen zu lassen. Ältere Männer verfügen über eine Fülle an Erfahrungen, die sie auf einzigartige Weise befähigt, eine Frau auf eine Art und Weise zu befriedigen, die weit über die physische Ebene hinausgeht. Durch die angesammelten Jahre kommen sie mit einem tiefen Verständnis von Intimität und einer angeborenen Fähigkeit, ihre Komplexitäten mit Finesse und Selbstbewusstsein zu meistern. Im Gegensatz zu jüngeren Kandidaten, die möglicherweise noch mit Unsicherheiten und Unklarheiten zu kämpfen haben, strahlen ältere Männer bei intimen Momenten eine Ruhe und Sicherheit aus, die eine Umgebung schaffen, die für ihre Partnerinnen zu echtem Vergnügen und Zufriedenheit führt. Einer der Hauptvorteile, einen älteren Mann zu haben, ist ihr tiefgreifendes Verständnis dafür, was Frauen wirklich wollen. Durch Jahre der Erkundung und Entdeckung haben sie ihre Fähigkeiten geschliffen und sind sensibel für die Feinheiten des weiblichen Vergnügens geworden. Sie haben ein intimes Verständnis für den weiblichen Körper sowie ein scharfes Bewusstsein dafür, wie sie ihre Partnerinnen stimulieren und befriedigen können, auf eine Art und Weise, die über bloße körperliche Befriedigung hinausgeht. Von einem Verständnis für die Feinheiten der Berührung bis zur Identifizierung aerobiner Zonen, die Leidenschaft entfachen, verfügen ältere Männer über eine Repertoire von Techniken, die die Intimität auf erhabene Höhen heben können. Darüber hinaus gehen ältere Männer mit einer Reife und Aufrichtigkeit an Intimität heran, die oft unvergleichlich ist. Ihre tiefe Erfahrung ermöglicht es ihnen, das Vergnügen ihrer Partnerin über alles andere zu stellen und jeder Begegnung ein echtes Gefühl von Fürsorge und Aufmerksamkeit zu verleihen. Sie sind geschickt darin, eine Atmosphäre des Vertrauens und der Bequemlichkeit zu schaffen, sodass ihre Partnerinnen sich vollständig fallen lassen und sich in den Moment hineinversetzen können. Über die physische Ebene hinaus erkennen ältere Männer die Bedeutung einer emotionalen Verbindung für wirklich erfüllende intime Erfahrungen. Sie verstehen, dass wahre Zufriedenheit über das Gebiet physischen Vergnügens hinausgeht und ein tiefes Gefühl der emotionalen Erfüllung und Verbindung umfasst. Daher sind sie nicht nur geschickt darin, Leidenschaft zu entfachen, sondern auch darin, die emotionale Unterstützung und Intimität bereitzustellen, die für eine wirklich bereichernde Beziehung unerlässlich sind. Der Reiz älterer Männer liegt nicht nur in ihrer Fähigkeit, körperliches Vergnügen zu bereiten, sondern auch in ihrer Fähigkeit, eine tiefere, bedeutungsvollere Verbindung zu pflegen. Ihre umfangreiche Erfahrung in Kombination mit ihrer echten Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse ihrer Partnerinnen macht sie geschickt darin, einer Frau das Gefühl zu geben, in jeder Hinsicht wertgeschätzt, begehrt und geliebt zu werden. Es ist diese Kombination aus Reife, Geschicklichkeit und emotionaler Tiefe, die junge Frauen oft zu älteren Männern führt, mit dem Wissen, dass sie in den Händen jemandes sind, der eine wirklich erfüllende und emotional bereichernde intime Erfahrung bieten kann. Wir haben bereits mehrere Lektionen behandelt. Wenn Sie diese hilfreich und wertvoll fanden, teilen Sie bitte Ihr Feedback, indem Sie den bisher gelernten Unterricht unterhalb dieses Videos kommentieren. Grund Nummer 3 – Ältere Männer wissen, was sie wollen Ältere Männer haben eine Klarheit von Zielsetzung und Verständnis für ihre Wünsche, die sie sowohl in Beziehungen als auch in der Intimität auszeichnet. Im Gegensatz zu ihren jüngeren Kollegen, die möglicherweise noch die Komplexitäten von Romantik und Sexualität erforschen, haben ältere Männer eine Fülle von Lebenserfahrungen gesammelt, die ihre Wahrnehmungen und Vorlieben geschärft haben. Eine der herausragenden Eigenschaften älterer Männer ist ihr tiefes Verständnis für die Feinheiten der weiblichen Psychologie und Verlangen. Durch jahrelange Beobachtung und Interaktion haben sie ein nuanciertes Verständnis dafür entwickelt, wie Frauen denken und reagieren, insbesondere in Bezug auf Intimität. Diese Erkenntnis ermöglicht es ihnen, die Bedürfnisse und Wünsche ihres Partners mit einer Präzision vorherzusagen, die nur aus jahrelanger Erfahrung stammen kann. Im Gegensatz zu jüngeren Männern, die möglicherweise noch ihre Wünsche erkunden, gehen ältere Männer Beziehungen und Intimität mit einem Gefühl von Selbstvertrauen und Selbstsicherheit an, das aus jahrelanger Selbstentdeckung resultiert. Sie haben eine klare Vorstellung davon, was sie von einer Partnerschaft erwarten, und scheuen sich nicht, ihre Bedürfnisse deutlich zu artikulieren, was zu einer dynamischen offenen Kommunikation und gegenseitigem Verständnis führt. Darüber hinaus sind ältere Männer darin besonders gut, umfassende Unterstützung für ihre Partner sowohl emotional als auch körperlich zu bieten. Ihre Reife und Weisheit ermöglichen es ihnen, die Komplexitäten von Intimität mit Sensibilität und Fürsorge zu meistern und sicherzustellen, dass die Bedürfnisse ihres Partners nicht nur erfüllt, sondern übertroffen werden. Ob durch aufmerksames Zuhören, nachdenkliche Gästen oder leidenschaftliche Intimität, ältere Männer zeigen ein echtes Engagement dafür, jeden Aspekt der Bedürfnisse ihres Partners zu befriedigen. Diese unerschütterliche Hingabe, die Bedürfnisse des Partners zu verstehen und zu erfüllen, schafft bei Frauen ein tiefes Vertrauen und eine Wertschätzung und verstärkt ihre Anziehungskraft auf ältere Männer, die ein echtes Engagement für ihr emotionales und körperliches Wohlbefinden zeigen. Für eine Frau bedeutet es mehr als nur eine romantische Verbindung, mit einem älteren Mann zusammen zu sein. Es symbolisiert eine Partnerschaft, die auf gegenseitigem Respekt, Verständnis und bedingungsloser Unterstützung aufgebaut ist. Die Anziehungskraft älterer Männer liegt nicht nur in ihrer Klarheit der Zielsetzung und ihrem Verständnis ihrer Wünsche, sondern auch in ihrer Fähigkeit, umfassende Unterstützung und Erfüllung für ihre Partner zu bieten. Durch ihre Erfahrung und ihr unerschütterliches Engagement pflegen ältere Männer Beziehungen, die reich an Intimität, Vertrauen und gegenseitiger Zufriedenheit sind und sind daher sehr begehrenswerte Partner für Frauen, die eine wirklich erfüllende Verbindung suchen. Wenn du immer noch dieses Video schaust und diese Lektionen hilfreich findest, dann kommentiere bitte unten die Zahl 2, um mir mitzuteilen, dass du immer noch dieses Video mit mir anschaust. Grund Nummer 4. Ältere Männer übernehmen oft Verantwortung. Ältere Männer verkörpern oft ein Gefühl der Verantwortung, das bei Frauen stark mitschwingt. Sie bieten eine stabilisierende Präsenz, die sowohl beruhigend als auch tröstend ist. Diese angeborene Autorität kommt nicht aus einem Dominanzwunsch, sondern aus reichen Lebenserfahrungen, die ihnen ein Gefühl von Selbstvertrauen und Kompetenz vermittelt haben. In verschiedenen Lebensbereichen, sei es bei der Wahl eines Restaurants oder bei wichtigen Entscheidungen, besitzen ältere Männer die Fähigkeit, die Führung zu übernehmen, indem sie selbstbewusst handeln, ohne dabei in dominantes Verhalten abzudriften. Diese Eigenschaft ist besonders attraktiv für viele Frauen, die einen Partner suchen, der ihnen Sicherheit und Orientierung wie eine Vaterfigur bieten kann. Das Gewissheit, dass es jemand Verlässliches gibt, auf den man sich in unsicheren oder schwierigen Zeiten verlassen kann, kann tiefen Trost spenden und bei den Partnern ein Gefühl von Vertrauen und Bewunderung hervorrufen. Zudem bringen ältere Männer oft eine Reife und Weisheit mit, die sie von ihren jüngeren Altersgenossen unterscheidet. Die vielen Lebenserfahrungen haben ihnen ein tiefes Verständnis für die menschliche Natur vermittelt, wodurch sie die Komplexitäten von Beziehungen mit Anmut und Einsicht navigieren können. Diese Reife spiegelt sich in ihrer Art der Kommunikation, Konfliktlösung und emotionalen Unterstützung wider und fördert ein Gefühl von Nähe und gegenseitigem Respekt in der Beziehung. Darüber hinaus zeichnen sich ältere Männer durch ihre Fähigkeit aus, emotionale und mentale Sicherheit zu bieten, was für viele Frauen in einer Beziehung von grundlegender Bedeutung ist. Ihre Fähigkeit, auch in schwierigen Situationen ruhig und gefasst zu bleiben, kann eine Quelle der Stärke und Beruhigung sein und ihren Partnerinnen ein Gefühl von Stabilität und innerem Frieden geben. Ob es darum geht, ein offenes Ohr zu haben, ermutigende Worte zu finden oder einfach eine Stütze zu sein, ältere Männer verstehen es, ihre Partnerinnen selbst inmitten der Herausforderungen des Lebens sicher und geborgen fühlen zu lassen. Zusätzlich dazu stehen die emotionale Reife und Stabilität älterer Männer oft im starken Kontrast zur volatileren und unberechenbareren Natur ihrer jüngeren Altersgenossen. Geprägt von Stoizismus, einer Philosophie, die Selbstkontrolle und Widerstandsfähigkeit betont, gehen ältere Männer das Leben mit einer Gelassenheit an, die sowohl beruhigend als auch inspirierend ist. Ihre Fähigkeit, auch in schwierigen Zeiten die Fassung zu bewahren, spricht Frauen tief an, die ihre Fähigkeit schätzen, die Höhen und Tiefen des Lebens mit Anmut und Standhaftigkeit zu meistern. Die Anziehungskraft älterer Männer liegt nicht nur in ihrer Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen und Orientierung zu bieten, sondern auch in ihrer Fähigkeit, emotionale Stabilität und Unterstützung zu bieten. Ihre Reife in Verbindung mit ihrem festen Engagement, sich um ihre Partnerinnen zu kümmern, macht sie für Frauen, die eine Beziehung voller Vertrauen, Sicherheit und gegenseitigem Respekt suchen, äußerst begehrenswert. Diese Kombination von Eigenschaften zieht oft Frauen zu älteren Männern hin, da sie wissen, dass sie in der Gesellschaft jemanden haben, der die Weisheit und Stärke besitzt, um gemeinsam den Weg des Lebens zu gehen. Grund Nummer 5, ältere Männer sind Gentlemen und zeigen mehr Respekt für Frauen. Ältere Männer verkörpern auf die Eigenschaften eines wahren Gentlemung und demonstrieren einen Grad an Respekt und Rücksichtnahme für Frauen, der sowohl bewundernswert als auch tief anziehend ist. Dieses Verhalten ist in ihrer Reife, Lebenserfahrung und ihrem echten Verständnis für die Bedeutung von Freundlichkeit und Würde gegenüber anderen Menschen verwurzelt. In ihrem Umgang mit Frauen zeigen ältere Männer in der Regel ein erhöhtes Gespür für deren Gefühle und Bedürfnisse. Sie erkennen die Bedeutung von Empathie und Mitgefühl für die Entwicklung bedeutungsvoller Verbindungen und stellen diese Eigenschaften in den Vordergrund ihrer Interaktionen. Ob durch kleine Gästen der Höflichkeit oder durch nachdenkliche Akte der Freundlichkeit, ältere Männer verstehen es, Frauen wertgeschätzt und geschätzt fühlen zu lassen. Darüber hinaus besitzen ältere Männer in der Regel einen reichen Erfahrungsschatz und Weisheit, was für junge Frauen, die nach Orientierung und Einblick suchen, eine weitere Anziehungsebene darstellt. Nachdem sie verschiedene Herausforderungen und Triumphe gemeistert haben, bieten ältere Männer eine einzigartige Perspektive, die sowohl erhellend als auch beruhigend sein kann. Ihre Fähigkeit, Weisheit aus jahrelanger Erfahrung weiterzugeben, spricht Frauen an, die intellektuelle Anregung und persönliches Wachstum in einer Beziehung schätzen. Zusätzlich stimmen die Prinzipien des Stoizismus, die die Suche nach Weisheit und der Weiterentwicklung betonen, oft mit dem Wesen älterer Männer überein. Diese philosophischen Ideale, die auf persönlicher Tugend und Widerstandsfähigkeit basieren, prägen die Art und Weise, wie ältere Männer Herausforderungen des Lebens angehen und mit anderen Menschen interagieren. Indem sie stoische Prinzipien annehmen, kultivieren ältere Männer eine innere Stärke und Ruhe, die sich in ihrem Auftreten und Verhalten gegenüber Frauen widerspiegeln. Des Weiteren verstehen ältere Männer die Bedeutung der Förderung von gegenseitigem Respekt und Gleichberechtigung in Beziehungen. Sie erkennen den inhärenten Wert und die Würde eines jeden Menschen, unabhängig vom Geschlecht, an und streben danach, Partnerschaften auf gegenseitigem Verständnis und Wertschätzung aufzubauen. Dieses Engagement für Respekt und Gleichberechtigung stärkt das Gefühl von Wert und Bedeutung, das Frauen in Gegenwart älterer Männer empfinden, und macht sie zu äußerst begehrenswerten Partnern für diejenigen, die eine Beziehung suchen, die von gegenseitigem Respekt und Bewunderung geprägt ist. Die Anziehungskraft älterer Männer als Gentlemen liegt nicht nur in ihren äußerlichen Anzeichen von Höflichkeit und Respekt, sondern auch in ihrem tieferen Bestreben, bedeutungsvolle Verbindungen auf der Grundlage von Empathie, Verständnis und gegenseitigem Respekt zu fördern. Ihre Reife, Weisheit und ihr Bekenntnis zu den Prinzipien von Freundlichkeit und Würde machen sie zu äußerst attraktiven Partnern für Frauen, die eine Beziehung suchen, die von echter Fürsorge und Wertschätzung geprägt ist. Wir haben bereits mehrere Lektionen behandelt. Wenn Sie sie hilfreich und wertvoll fanden, teilen Sie bitte Ihr Feedback, indem Sie auf die Lektion, die Sie bisher gelernt haben, unterhalb dieses Videos kommentieren. Grund Nummer 6, ältere Männer führen fesselnde und tiefgründige Gespräche. Ältere Männer besitzen die fesselnde Fähigkeit, sich in tiefgründige und intellektuell anregende Gespräche zu vertiefen, eine Eigenschaft, die oft mit ihrer größeren Weisheit und Lebenserfahrung einhergeht. Im Gegensatz zu flüchtigen Smalltalks haben diese Gespräche eine Tiefe und Reichhaltigkeit, die über längere Zeiträume hinweg Engagement aufrechterhalten können und einen bleibenden Eindruck bei ihren Gesprächspartnern hinterlassen. Eine bemerkenswerte Eigenschaft älterer Männer ist ihre Fähigkeit, Gespräche auf bedeutsame Themen zu lenken, ohne dazu aufgefordert zu werden. Aus einem Quell des Wissens, das Sie über die Jahre hinweg erworben haben, navigieren Sie mühelos durch eine Vielzahl von Themen, von aktuellen Ereignissen und Literatur bis hin zu Philosophie und persönlichen Erfahrungen. Ihre Fähigkeit, nachdenkliche Einsichten und Perspektiven beizutragen, verleiht den Gesprächen eine zusätzliche Tiefe und bereichert den Diskurs, indem sie ein Gefühl von intellektueller Kameradschaft und Verbindung fördert. Des Weiteren besitzen ältere Männer raffinierte Kommunikationsfähigkeiten, die sie durch jahrelange Erfahrung im Umgang mit sozialen Interaktionen und beruflichen Umgebungen entwickelt haben. Sie verstehen die Feinheiten des Gesprächs, die Bedeutung des aktiven Zuhörens, die Kunst der Empathie und die Kraft der Stille, und wenden diese Fähigkeiten gekonnt an, um eine Atmosphäre echter Verbindung und des Verständnisses zu schaffen. Ihre Fähigkeit, einen Ausgleich zwischen dem Teilen ihrer Gedanken und Erkenntnisse und der Wertschätzung der Perspektive ihres Partners zu finden, bereichert den Dialog und stärkt die Verbindung zwischen ihnen. Zudem haben ältere Männer ein feines Gespür für den richtigen Zeitpunkt, um bedeutungsvolle Gespräche zu initiieren und aufrecht zu erhalten. Sie erkennen die passenden Momente, um auf tiefere Themen einzugehen und stellen sicher, dass die Diskussionen auf natürliche und sinnvolle Weise fließen, ohne sich erzwungen oder konstruiert anzufühlen. Diese Fähigkeit, den emotionalen Ton und die Bereitschaft ihrer Partner einzuschätzen, verbessert die Qualität der Kommunikation und fördert ein Gefühl des gegenseitigen Vertrauens und der Offenheit in der Beziehung. Die Anziehungskraft älterer Männer besteht nicht nur in ihrer Fähigkeit, fessende Gespräche zu führen, sondern auch in ihrer Fähigkeit, eine solide, intellektuell anregende Verbindung mit ihren Partnern aufzubauen. Ihre Weisheit, ihr Wissensreichtum und ihre raffinierten Kommunikationsfähigkeiten bereichern Beziehungen, indem sie Möglichkeiten für bedeutungsvollen Austausch und tiefgreifende Einsichten bieten. Es ist diese Fähigkeit, intellektuelle Intimität und Verbindung zu fördern, die Frauen oft zu älteren Männern hinzieht, in der Gewissheit, dass sie in Begleitung von jemandem sind, der ihren Geist genauso wie ihr Herz anspricht. Falls du immer noch dieses Video anschaust und diese Lektionen hilfreich findest, hinterlasse bitte einen Kommentar zur Nummer 3 unten, um mir mitzuteilen, dass du immer noch dieses Video mit mir anschaust. Wir haben bereits mehrere Lektionen behandelt. Wenn du sie hilfreich und wertvoll findest, teile bitte dein Feedback, indem du einen Kommentar zur Lektion, die du bisher gelernt hast, unterhalb dieses Videos hinterlässt. Grund Nummer 7. Etablierte berufliche Karrieren Ältere Männer können oft mit etablierten und finanziell stabilen beruflichen Karrieren prallen, ein Faktor, der für viele Frauen, die langfristige Bindungen und Sicherheit in einem Partner suchen, von großer Bedeutung ist. Obwohl es oberflächlich erscheinen mag, finanzielle Stabilität zu priorisieren, insbesondere in Herzensangelegenheiten, ist die Realität, dass eine sichere Zukunft für Menschen, die gemeinsam ein Leben aufbauen wollen, erhebliches Gewicht hat. Der Reiz eines älteren Mannes mit einer soliden Karriere liegt in der Aussicht auf einen stabilen und komfortablen Lebensstil. Frauen, die Stabilität und Sicherheit in ihren Beziehungen priorisieren, werden natürlich von Männern angezogen, die die Fähigkeit zeigen, für ihre Bedürfnisse und Wünsche zu sorgen. Ältere Männer mit ihrer etablierten beruflichen Laufbahn und ihrem Finanzverständnis bieten ein Gefühl von Sicherheit und Gelassenheit, das die Grundlage für eine sichere und erfolgreiche Zukunft darstellt. Darüber hinaus verstärken die traditionellen Werte von Respekt und Ritterlichkeit, die von älteren Männern häufig eingehalten werden, ihre Anziehungskraft auf Frauen, die einen Partner suchen, der ihr Wohlergehen und Glück schätzt. Verwurzelt in Tugend und Ehre, sprechen diese Eigenschaften Menschen an, die Gästen der Rücksichtnahme und Freundlichkeit zu schätzen wissen. Von Türöffnungen bis hin zu aufmerksamen Zärtlichkeiten zeigen ältere Männer ein Engagement, ihre Partner mit höchstem Respekt und Bewunderung zu behandeln und fördern so ein Gefühl der gegenseitigen Wertschätzung und Verehrung in der Beziehung. Zusätzlich verstärkt die Übereinstimmung älterer Männer mit stoischen Prinzipien ihre Anziehungskraft auf Frauen, die einen Partner mit Integrität und moralischer Stärke suchen. Der Stoizismus mit seinem Schwerpunkt auf Selbstdisziplin, Widerstandsfähigkeit und Tugend spiegelt die Werte wider, die viele ältere Männer in ihrem persönlichen und beruflichen Leben hochhalten. Junge Frauen finden Trost in ihrer Fähigkeit, mit Anmut und Würde mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen und werden von der Charakterstärke und Standhaftigkeit älterer Männer angezogen. Die Anziehungskraft auf ältere Männer mit etablierten beruflichen Karrieren entspringt dem Wunsch nach Stabilität, Sicherheit und gegenseitigem Respekt in der Beziehung. Ihre finanzielle Stabilität gewährleistet nicht nur einen komfortablen Lebensstil, sondern zeigt auch das Engagement, gemeinsam eine Zukunft aufzubauen. Zusammen mit ihrer Einhaltung traditioneller Werte und stoischer Prinzipien bieten ältere Männer eine überzeugende Mischung aus Verlässlichkeit, Integrität und moralischer Stärke, die bei Frauen, die einen Partner suchen, mit dem sie ihr Leben teilen können, tiefgreifend wirkt. Wenn Sie dieses Video immer noch anschauen und diese Lektionen nützlich finden, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar mit der Nummer 4 unten, um mir mitzuteilen, dass Sie dieses Video immer noch mit mir schauen. Grund Nummer 8 – Bessere Beziehung Bessere Beziehungsdynamiken sind oft charakteristisch für Partnerschaften mit älteren Männern und bieten eine Mischung aus sexueller Potenz, emotionaler Reife und finanzieller Stabilität, die für viele Frauen äußerst attraktiv ist. Ein bemerkenswerter Aspekt von Beziehungen zu älteren Männern ist ihre sexuelle Leistungsfähigkeit, die oft mit einem zuverlässigen Feuerwehrschlauch verglichen wird, der immer wieder intensives Verlangen liefert. Obwohl sie vielleicht nicht die Ausdauer ihrer jüngeren Kollegen haben, besitzen ältere Männer eine Tiefe an sexueller Erfahrung, die sich in einem differenzierten Verständnis der Wünsche ihrer Partnerin und einem erhöhten Fokus auf weibliche Lust ausdrückt. Dieser reiche Erfahrungsschatz trägt zu erfüllen deren intimen Begegnungen bei und fördert ein Gefühl der Erfüllung und Verbindung in der Beziehung. Des Weiteren entwickeln ältere Männer im Laufe der Zeit oft ein bemerkenswertes Selbstvertrauen, das für Frauen unbestreitbar attraktiv ist. Befreit von Unsicherheiten und den Druckmomenten der Jugend strahlen ältere Männer eine stille Gewissheit in ihre Fähigkeiten und Wünsche aus. Diese Selbstsicherheit, gepaart mit der fehlenden Besorgnis über sexuelle Leistungsfähigkeit, schafft ein Umfeld des Vertrauens und der Offenheit, das förderlich für tiefere Intimität und Verbindung ist. Neben sexueller Potenz fühlen sich viele Frauen auch zur finanziellen Stabilität hingezogen, die ältere Männer bieten können. Durch Jahre harter Arbeit und einer vernünftigen finanziellen Verwaltung haben ältere Personen oft erfolgreiche Karrieren aufgebaut und Ersparnisse angehäuft, was ihren Partnern ein Gefühl von Sicherheit und Komfort bietet. Diese Stabilität ermöglicht eine größere Gelassenheit und ermöglicht es Paaren, sich auf den gemeinsamen Aufbau einer Zukunft ohne den Stress finanzieller Unsicherheit zu konzentrieren. Darüber hinaus verkörpern ältere Männer, die das Leben mit Anmut und Tapferkeit gemeistert haben, oft die Prinzipien des Stoizismus, die Selbstständigkeit und Resilienz betonen. Diese Eigenschaften entsprechen den Werten vieler Frauen, die nach einem verlässlichen und standhaften Partner suchen, der mit Gleichmütigkeit und Stärke durch die Höhen und Tiefen des Lebens navigieren kann. Beziehungen mit älteren Männern bieten eine überzeugende Mischung aus sexueller Erfahrung, emotionaler Reife und finanzieller Stabilität, die viele Frauen als erfüllende und belohnende Partnerschaft anziehen. Ihr Selbstbewusstsein, ihre Expertise und ihr Engagement für gegenseitige Zufriedenheit tragen zu einer dynamischen und bereichernden Beziehung bei, die von Vertrauen, Respekt und gegenseitiger Unterstützung geprägt ist. Diese Kombination von Qualitäten zieht Frauen oft zu älteren Männern hin, da sie wissen, dass sie in Begleitung von jemandem sind, der nicht nur Leidenschaft und Intimität bieten kann, sondern auch Stabilität und Sicherheit für die Zukunft. Zusammenfassend werfen die oben genannten Gründe Licht auf die vielschichtige Anziehungskraft von Beziehungen mit älteren Männern. Von ihrer emotionalen Reife und finanziellen Stabilität bis hin zu ihrer sexuellen Potenz und geistigen Anregung bieten ältere Männer eine einzigartige Mischung von Eigenschaften, die vielen Frauen in ihrer Suche nach erfüllenden und belohnenden Partnerschaften tiefgründig ansprechen. Nun, liebe Zuschauer, nachdem wir diese Gründe erkundet haben, was habt ihr bisher gelernt? Wir laden euch ein, über die geteilten Erkenntnisse nachzudenken und uns mitzuteilen, eine Sache, die ihr gelernt habt und die ihr in eurem eigenen Leben umsetzen wollt. Ob es die Wertschätzung emotionaler Reife, die Suche nach intellektueller Herausforderung, die Priorisierung finanzieller Stabilität oder das Umarmen stoischer Prinzipien ist, wir würden gerne eure Gedanken hören. Bitte hinterlasst eure Kommentare unter diesem Video und teilt eure Erkenntnisse mit uns. Wenn euch dieser Inhalt gefallen hat, vergesst nicht, ihn zu liken, zu teilen und unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, um mehr aufschlussreiche Diskussionen über Beziehungen und persönliches Wachstum zu erhalten. Eure Beteiligung hilft uns dabei, mehr Inhalte zu erstellen, die mit euch in Resonanz gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, und wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Vielen Dank fürs Zuschauen.